Musik Eine der modernsten Geschäftsstellen besitzt seit kurzer Zeit der Malteser Hilfsdienst in Balwe. Die ehemalige Krankenhausküche im jetzigen Campus wurde monatelang mit viel ehrenamtlichem Engagement umgebaut. Trotzdem hat der Umbau die Malteser rund 230.000 Euro gekostet. Wir sind jetzt seit Anfang Dezember, kann man sagen, hier in unseren neuen Räumlichkeiten. Der Umzug hat natürlich etwas länger gedauert wegen der Corona-Geschichte. Wir sind aber froh, endlich hier neue Räumlichkeiten zu haben. Denn in den alten Räumlichkeiten war es nicht mehr möglich wegen der Ausbildung und so weiter, die wir unter den neuen Vorschriften nicht mehr passend anbieten konnten. Hier haben wir jetzt insgesamt 230.000 Euro investiert. Der Zuschuss aus EU-Fördermitteln, den wir erhalten haben durch die LIDA-Region, war 110.000 Euro. Das hat es uns überhaupt erst möglich gemacht, hier reinzugehen. Hier ist ein Besprechungs-, Beratungs- und Sitzungsraum, den wir nutzen können mit einem Smartboard. Nebenan ist unser großer Schulungsraum, wo wir bis zu 50, 55 Personen schulen können. Unter Pandemie-Gesichtspunkten geht das natürlich nur bis zu 11 Personen bei der Raumgröße, deswegen entsprechend bestuhlt, aber wir haben 55 Sitzplätze dafür vorbereitet. Da werden dann sozialpflegerische Ausbildungen stattfinden, Erste-Hilfe-Ausbildungen, Vorträge, auch vielleicht Joint Ventures mit den anderen Einrichtungen hier im Gesundheitscampus Sauerland. Daneben ist die neue Küche, die wir auch und gerade unter Gesichtspunkten gestaltet haben, dass wir Parkinson-Erkrankte, wo wir ja einen Matthäser-Gesprächskreis zu haben und die Jugend gefahrlos miteinander arbeiten können. Hier werden auch dann Altennachmittage stattfinden können und insofern sind wir recht froh, dass wir das ganz modern ausrichten konnten. Letzten Endes kann ich nicht ohne Stolz, das gebe ich zu, sagen, dass wir hier mit diesen Räumlichkeiten, dem großen Schulungsraum und allen anderen Räumlichkeiten, hier den modernsten Raum, die modernste Geschäftsstelle in Südwestfalen haben. Da haben wir uns wirklich sehr viel Mühe gegeben und wir danken der EU mit ihren Fördermitteln und der LIDA-Region ausdrücklich, dass sie dies mit ihrem Zuschuss ermöglichen konnten. Dann haben wir ein Büro, was wir Ehrenamtsbüro nennen, wo der Katastrophenschutz bearbeitet wird, die allgemeinen Verwaltungslinge dafür, daneben ist ein Lager- und Serverraum. Dann haben wir die alten Toiletten natürlich komplett neu gestaltet, modern gemacht. Dann daneben ist der Desinfektorraum, wo die Masken für die Erste-Hilfe-Ausbildung und andere Ausbildungen gereinigt und desinfiziert werden können. Daneben wird dann das Hauptlumsbüro zu sehen sein. Da ist unsere Verwaltungsmitarbeiterin, die nebenberuflich den Menüservice bearbeitet, Bestrennungen abwickelt und dergleichen mehr. Worauf wir besonders stolz sind, der letzte Raum, der zu sehen ist, das ist dann das Reich unserer Jugendgruppe, wo eine Wohlfühlecke drin ist, aber auch eine Arbeitsecke. Das Wappen, was da zu sehen ist, das ist das Wappen der Malteser Jugend, die Mammuts, selbst gemalt und worauf die Jugend sehr stolz sein kann. Ich freue mich darauf, Sie hier in 2021 begrüßen zu dürfen und hoffe, dass wir hier Sie sehen bei Erste-Hilfe-Ausbildung und vielen anderen Gelegenheiten. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Und dann will es uns bei Regen auf den Deutschland haben, Wir machenium in dem Staat, wie immer neu wirfiss prin ado. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bei Regen survives und erst jemanden vom règgen, Aber niemals 2 Deusch betrachten Sie alle Bilder und sind das Gelegenheit. Und wenn es nicht entsteht, dann einfach bitte hier man Hongt, Wir lassen dann auch die Realität nicht designers preach haben, Herr hat mich dann etwas Kauf tells ach игры hast du um,